Und das ist der liebe Florica in der Tötungsstation in Rumänien. Und das ist der gleiche Hund, der tolle Hund Florica, gut ein Jahr später bei uns in der Eifel. Er war ein absoluter Angsthund, aber sechs, sieben, acht Monate später hatte ich so gewandelt, dass ich ihm sogar ohne Probleme eine Zecke am Augenlid entfernen konnte. Toller Hund, kann ich schon empfehlen. Ciao.